Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteran-Halle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Guten Morgen, Sir. Ihr Koffer. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gegrübt. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Danke, Kurzwerf. Natürlich, Sir. Hey, Schatz. Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Ach, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem Kleid schon. Ich bin so stolz auf Sie. Die guten alten USA. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter. Der kommt jeden Tag. Guten Morgen. Ich komme von Vortech. Guten Morgen. Was für ein Tag. Sehen Sie sich diesen Himmel heute an? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage ähm 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 äh äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Wort zu erhalten. Wolt 111. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen. Mehr nicht. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Es ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich hab meine Momente. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrschen. Cotsworth. Du hast Cotsworth gehört. Wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Mein Vater muss für seinen Jungen da sein. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Schatz. Was ist mit Cotsworth los? Gefolgt von, ja, gefolgt von Blitzen, Grellenblitzen, Explosionsgeräusche. Wir, wir warten auf Bestätigung. Was? Was hat er dir gerade gesagt? Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir müssen zum Vault. Einwohner von Sanctuary Health. Wenn Sie registriert sind, wir geben Sie sich sofort zum Vault 111. Zum Vault geht es da nach. Komm! Wir fahren zur Küste. Das müsste weit genug sein. Und was, wenn nicht? Einwohner von Sanctuary Health. Wenn Sie registriert sind, wir geben Sie sich sofort zum Vault 111. Begeben Sie sich zum Tor, wenn Sie am Bordprogramm teilen. Das ist absurd. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich rein. Oh, 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 oh. Okay, okay. Lass mir nicht filmen! Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind? Männlicher Erwachsener? Weiblicher Erwachsener? Okay, wangen. Okay, wangen. Treten Sie bitte auf die Plattform! In die Mitte! Alles klar, das war's. Runter damit! Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Los, los, los! Sofort runter damit! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es wird eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In fünf, vier, drei, zwei, ein. Manuelle Steuerung initiiert. Kälte Schlaf beendet. Kälte Schlaf beendet. Oh Gott. Alles wird gut. Komm her. Komm her. Puh, seh mich. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen mein Schau nicht. Die Schlafkrieg sind eingeleitet. Krieg, die Kohleanlage, alle Wolken, weit unverzüglich verlassen. 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 Die Kohleanlage, alle Wolken, weit unverzüglich verlassen. Krieg, die Kohleanlage, alle Wolken, weit unverzüglich verlassen.